Musik Hallo zusammen hier aus dem wunderschönen Sirena Beach auf Kuba. Heute früh ging es dann nach dem Frühstück gleich aus der Marina los und zwar in die Mangrovenwälder. Die sind direkt neben der Marina in Cayo Lago. Es ist sehr ungewöhnlich dort. Also es ist ein absoluter Kontrast zu dem, was wir in den letzten Tagen erlebt haben mit den ganzen Korallen und Unterwasserwelt. Dort sind einfach die Mangrovenwälder sehr eng, sodass man durch so einen Kanal fahren kann. Mit dem Katamaran kommt man da gut durch, mit dem Monohall klappt das zum Beispiel nicht. Und man kommt sich da irgendwie vor wie im Amazonas. Ich habe dann gleich mal das Kanu ausgepackt, bin dann ein bisschen rumgepaddelt und habe einfach die Natur genossen. Wunderschön. Anschließend sind wir dann weitergefahren, eben hierher an den schönen Sirena Beach. Unser Katamaran liegt da vorne vor Anker. Und dort sind wir jetzt schon wirklich den gesamten Nachmittag. Und zwar haben wir einfach mal die Seele baumeln lassen. Musik angemacht, rumgeblödelt, ins Wasser gesprungen, Saltos gemacht, Köpfer gemacht. Ich habe mich dann noch an den Mast hochziehen lassen, um mir mal alles von oben anzuschauen und einfach mal die Karibik so richtig genossen. Ja, und jetzt geht es dann auch gleich wieder weiter. Anker wird hochgezogen, ein Stück weiter in den Channel und dort übernachten wir dann. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder zuschaltet und sag bis dann. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.